Nicht zu eng, hoffe ich. Bei dem, was mich erwartet, ist das völlig unbedeutend. Ich sag doch, dir wird gar nichts passieren. Du lockst sie her, dann greifen wir sie an. Mach dir keine Sorgen. Vertrau uns. Ihr solltet jetzt gehen. Von St. Pibre. 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 Moment, Xena. Mann, geht ihr denn nie zum Zahnarzt? Für so ein Schwert würde ich töten. Wir sind wieder bei Primal und hab' ich mich überhaupt nicht verwandelt? Wandel mich doch. Also, geht doch. Fand ich ein bisschen komisch, hab' den Knopf gedrückt, aber es passiert nix. Ja, wir sind jetzt im Kampf mit sehr wenig Energie. Mal gucken. Und da kommen sogar noch diese anderen Gegner. Kann ja nicht sein. Drei Stück. Ob ich das schaffe? Äh, ich bin... Äh, nicht davon überzeugt. Dass ich das schaffe. Weil... ähm, stark. Drei Leute. So. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal neu laden und dann irgendwann später nochmal machen. Äh, mit voller Energie. So. So. Ha. Gerade noch so eine Gegend gekriegt. Wo ist aber der andere Gegner? So, Skry gibt mir wieder ein bisschen Energie. Dafür muss dann Skry von den Viechern wieder ein bisschen was nehmen. Der Gegner ist aber jetzt auch nicht mehr so weit weg, glaube ich. Der ist mir aber auch nicht gefolgt. Wo ist der denn eigentlich hin? Na, ich gehe wieder an den Stück zurück, wo ich vorher war. Das war nämlich da vorne. Der kämpft noch mit den einen oder was? Nee, noch nicht wirklich. Die waren einfach nur da. Ja, ich sage, die gleichen Kombos sollte ich lieber hier anwenden, damit ich hier auf die Haare nicht sterbe. So, der letzte Angriff, bevor ich gegen die hier kämpfe. Boah, und das ist so schnell. Sie ist so schnell. Boah, 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 boah. Ich muss da aufpassen. Boah, boah, ey. Wieder Restenergie von Skry noch nehmen. Aber sie ist auch ganz schön angeschlagen. Zur Hälfte sogar. Wenn ich mich richtig anschnelle. Ah, komm. Mann. Das kriege ich mehr Energie, ich gebe mehr Energie. Die letzte, letzte. So, das war echt knapp. Hättest es mir einfach geben sollen, dann wäre dir der Rest erspart geblieben. Oh, na toll. Und ich hab dem armen Kerl versprochen aufzupassen, dass ihm nichts passiert. Du hast gut gekämpft, Jen. Ich hab nicht aufgepasst. Tja, jetzt ist es passiert. Ich schlage vor, dass wir jetzt mit dem Schwert das Begräbnis abschließen. Du brauchst die Wraiths Gestalt und vielleicht können wir Raum besiegen, bevor unser Freund geopfert wird. Wir sollen ihn retten, was? Kann man von einer Missgeburt wie mir auch erwarten. Das wird sicher cool. Oh, ja. Jennifer, etwas mehr Respekt, bitte. Hey, Rocky. Stopp doch mal meine Zeit. Komm schon, wir haben's doch eilig. Benutze die Raithform nur im Notfall. Sie zeigt dich nicht gerade von der besten Seite. Ja, jetzt haben wir sogar die Raithform. Eigentlich. Damit können wir uns ziemlich schnell fortbewegen. Wenn wir den Kreisknopf drücken, wird zum Beispiel die Zeit verlangsamt. Und wenn wir im Kampf sind und den Kreisknopf drücken, sind wir eigentlich verdammt schnell. Also eigentlich genau die gleiche Form, nur eben im Kampf. Gegner sind hier. Ja, Gegner. Und, äh, unsere Waffen... So, jetzt kann ich immer den Knopf zeigen. Unsere Waffen ist eine Peitsche und... Und, ähm, ein Dolch. Und können wir schön vom Weiten angreifen. Ähm, das ist eigentlich auch das Beste, was man machen kann. Und man kann schnell, äh, ausweichen. Das ist eben auch sehr geil. Und, äh, der finale Angriff ist... Indem man... Ja, das seht ihr ja gerade selbst. Der finale Angriff. Die Raith sind nicht gerade wirklich die netten. Und ich hab gerade einen falschen Knopf gedrückt. Ja, ja, das war eigentlich wirklich der falsche Knopf. So, Skre, du kannst mal... Ja, ein bisschen Energie aufsammeln. Und Jennifer, du fornest dich wieder in die... ...Raceform. Sorry, Leute, dass das jetzt nochmal passieren muss. Aber anders geht's jetzt gerade nicht. Und außerdem ist die Form auch ziemlich cool anzusehen. Und ich hab auch volle Energie... Oh, Moment. Oh, jetzt fällt's mir gar nicht wieder ein. Da hinten war doch... ...wenn hier nicht Gegner sind. Äh, dieser komische... Also, dieser Stein. Ja, genau. Dem meine ich. Eigentlich soll das Gremium folgen die ganze Zeit. Ist er aber nicht. Tolle KI. Hm. Aufladen. Das eine Lüge wird es ja schnell aufgeladen. So, dann werde ich... ...ääh... ...mal mir wieder die alte Form... ...voll aufladen. Gut, somit hätten wir dann auch... ...das wirklich allledigt. Nein. Skre, mach das. Mach. Tu. Tu das. Tu. Hm. Fächtig. Ja, hier kann ich auch noch ein bisschen Energie aufladen. Skre, du kannst mal... Ja. Skre. Wie, hat das echt keine Energie mehr? So ein Riesenstein hat keine Energie mehr? Ich dachte, die wären ja mir unendlich... ...verfügbar. Ah. Scheiße. Na, egal. Auf jeden Fall bin ich mit beiden Formen jetzt wieder auf voller Kraft. ...und kann jetzt eigentlich auch im Spiel weiterspielen. Ich hoffe, wir kommen eigentlich noch in den... ...ins Schloss rein. Darauf habe ich eigentlich jetzt noch Lust drauf. Sonst eigentlich nicht mehr. Hm. Ha. Ne, ich glaube, bis zum Schloss schaffe ich das offenbar locker. Weit ist es ja nicht mehr. Ist ja, glaube ich, echt hier vorne. So, und bitte weiter im Programm. Super Schlucht. Ich finde zum Beispiel auch, der Levelaufbau ist ziemlich genial gemacht worden. Nicht wie in anderen Spielen, die in der gleichen Zeit rausgekommen sind. Da ist eigentlich... ...das... ...Level-Design immer noch unter aller Kanone. Aber ich finde, hier geht's ja noch. Hat irgendwie noch was. Ist hier Wasser? Ja. Ist wirklich Wasser. Der kann ja auch unsere zweite Form, unsere... ...Wasserform hier ganz gut überleben. Hm, hier geht's nicht lang. Gut. Da oben kann ich lang. Kann ich einfach auch da lang? Man weiß ja nicht, ob es da irgendwie Verstecke sind. Nee, irgendwie nicht. Immer noch sehr düster gehalten. Wird mir die Atmosphäre nicht wirklich kaputt machen. Ist aber gut. Hm, was ist das? Egal. Weiter. Ein Hebel, den sie bestimmt nicht selber benutzen kann. Alleine. Skry, kannst du mir hier mal helfen? 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 So, Skry kommt aber erstmal hier nicht rein, oder? Nein, da kommen wir echt nicht durch. Nein, so nicht. Aber, ich bin ja erstmal in der Form von ihr. Und kann erstmal hier weiter. Uh, und guckt euch das an, was man machen kann. Man muss sogar wirklich die zweite Form benutzen. Na, dann mach mal. Verwandle dich mal zurück. Yeah. Und der beste Level mag ich ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, hier sind sie sinnvoll. Oder? Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Da ist ein Weg. Ich glaube, da muss ich auch lang. Na, dann wollen wir mal. Alles ein bisschen dreckig eingerichtet. Gut, aber ich kann auch gleich mal hier hoch. Gut, aber ich kann auch mal hier hoch.